Hallihallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft City, mit dabei ist der liebe Killerzombie aka Denny2.0. Wir machen direkt wieder die Sicht normal. Grafik, erste Person. Dann ein Sneaken und jetzt holen wir uns direkt unseren Start. Aber nur das Wichtige. Wir bauen, ich hatte die Idee heute mal so eine Art Schützenturm zu bauen. Ich nehme mir einfach mal alles raus. Dazu. Es gibt nur eins, was ich drin lasse. Den gewöhnlichen Trank, also die Wasserflasche. Äh, ich habe siebzehn. Fleisch. Und das restliche Fleisch von mir ist in der Truhe. Viel. Ja, ja. Hm, nee, ich bin mir nicht sicher. Ähm, gut, du den, ich den. Bei mir? Ja, bei mir auch. Ähm, dann tun wir den direkt mal in die Farmkiste. Oder nee, ich paare damit jetzt nochmal einen. Ich hole mal auch von unten die Weizen. Die anderen Weizen. Na, ich glaube sogar, die sind oben. Oh, es regnet. Ich tue den Ton schnell wegmachen. Leute, immer wenn es regnet, muss ich den Ton wegmachen. Das nervt. Aber es ist halt so. Zwei Weizen. Zwei Weizen. Aber immer nur... Erstmal zwei. Wir haben jetzt noch sieben, aber man macht immer nur zwei, ja? Au. Bäh. Dich. Und dich. Und die machen gerade ein Baby, hoffe ich mal. Gut, äh, bei den Kühen bin ich. Und dort ist noch ein Huhn, warte mal. Nee, das kann man nicht anfangen. Wo ist das, Mann? Ich hab die letzten beiden Folgen so komisch gecuttet. Das liegt daran, dass ich die sonst nicht hochladen konnte. Aber dieses Problem behebe ich natürlich. Moment. Hast du noch einen Weizenkorn? Das musst du wieder anpflanzen. Nein, aber ich hab hier vorhin... Das ist keine Fick-Elks. Äh. Keine Ahnung. Wenn nicht. Ich... Hab mir noch eine gemacht. Ah. Irgendetwas schlägt mich. Ich weiß auch was. Ist schon so. Ey, du musst ja... alles aus... deiner Kiste rausnehmen. Alles? Hab ich so gemacht. Gut, dann fangen wir doch auch mal an. Auf welchem Material wird der denn gemacht? Hast du viel so ein... Nein. Ich auch. Also ich... wer... wägt man... dummen Zombie. Ah doch auch. Von der Spinne. Hast du? Ja. Ja. Ich... hab sie aber schon beide. Ja. Ja. Ähm... der hat mich über letztes Mal... fast umgebracht. ab. Ja. Was ist denn angesehen? Hm. Ja. Hast du den angesehen? Ich hab's gar nicht gesehen. Hm. Ich hab's gar nicht gesehen. Mhm. Ja, der hat einfach... ein... Ein... Eisen geklickt. Wer? Der Zombie, den ich gerade gekillt hab. hier ist schön drin ja schlafen wir mal am tag sind in der mensch mehr da so hier acht weizen diese kleine weizen ok denn ihn denn die zogen nee nein die habe ich extra drin gelassen tust du sofort wieder rein nein die sind zu pflanzen da sonst haben wir irgendwann nichts mehr den turm noch an machen wir das gut ich habe aber kein everstein sollen wir kurz in den never gehen leute da macht macht nur durch den turm da kümmere ich mich um die die kühe ja zu Eier. Der, der, ja. Es gibt Essen. Warum? Nein! Du hast doch... Nein, ist nicht egal. Du kommst jetzt aber wieder. Gut, ich mach einen kleinen Cut, bis wir richtig anfangen zu bauen. So, Leute, jetzt ist er wieder da. Nein! Nein, ich hab schon einen Platz. Ich habe dir gesagt, ich habe mir schon einen hier hinten. Nein. Du kommst jetzt zu mir. Ich hab mir schon einen Platz ausgesucht. Besser wieder. Nein, nichts besser. Besser wieder. Nein! Die sind total wichtig. Ja, gib her. Du hast mir eins gebrochen. Ist nicht aber... Na gut, fang an, den Trump zu bauen. Und wir... Soll ich nochmal ein bisschen fahren gehen? Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ja. Ich kann hier trotzdem mich ein bisschen runter bauen, um mal nach Gold gucken. Ja, das ist gut. Aber nicht in die Höhle gehen, ne? Also fang einfach zurück. Mhm. Weil die Höhle ist schon... Ist schon abgefahren. Doch, wir haben schon... Alles mit. Ah, ich bräuchte nur ein paar Fackeln. Hast du Fackeln? Dann gib mir bitte den Stein. Was machst du denn da? Wir machen das so. Hä? Auf oben. Nein. Doch. Nicht innen. Ist ja nur an der Seite so. Nee, innen drin muss man laufen können. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Ja. Ja. Dann geh du dort fahren, wo ich gerade angefangen habe. Ja. 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 Munli und vor وال otros. Kohle? Kohle als der mar acre. G participated in meine Wummas. Ich glaube, ich hatte keine Ahnung. Ich habe doch nicht mal Kohle. Ohle. Ohle. Wo kann ich rein gehen? Wohin? Da people can die fit ist. Was? Farmen, ja. Ich hab dir ja extra schon einen Anfang gebaut. Das muss nur so ein kleiner Aussichtsturm sein, Leute. Kein so mega großer Mops-Din hier. Da musst du hierher kommen. Dann schon eher. Äh, wozu braucht's? Was? Das Eisen. Hast du noch irgendetwas von Neverstein? Ich nehm' ich nicht mehr. Hä? Ich hab' keinen Neverstein mehr. Okay, dann hol' ich mir aber auch noch mal direkt ein paar Leitern. Wie macht man die Steaks? Okay. Also brauch' ich Holz. So ganz viele Steaks hab' ich gemacht. Ist das nix? Ja. Zu spät. Ich hab' dich schon zu Leitern gemacht. Da musst du Farm gehen, weil du kein Holz hast. Gut Leute, ich mach' mal wieder einen kleinen Caddy. Okay. So Leute, der Turm ist auf jeden Fall fertig. Den zeig' ich euch gleich. Ich muss jetzt erst mal. hm. Zwo Eisen irgendwo finden. Hast du zufälligerweise zwo Eisen? In welcher? Hm, Keller? Ja. 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 Glaub' ich. Okay. Oh mein Schwert kann ich jetzt nicht mehr nehmen bald. Deswegen tu' ich's mal kurz in die Truhe. Bei Erze. Ah ja, da haben wir auch noch 13 Iron. Und noch ein bisschen Kohle. Auch so 2. Na na. Ja, nimm mit. Wir haben grad' mal 13. Jetzt hab' ich grad' keine Waffe. Was ist? Na, ich hab' doch den Ton nicht an. So. Zack. Wir sind dann auch gleich fertig. Ich mach' nochmal einen kleinen Caddy. Der letzte. So Leute. Jetzt zeig' ich euch doch noch mal kurz. Ähm. Den Turm. Weil. Ihr habt das verdient. Hier. Hm. Der Krüber darf das aber nicht hoch. Und ich hab' mir jetzt auf mein neues Schwert Rückstoß gemacht. Weil mein altes. War nicht mehr so. Und deswegen hab' ich jetzt einfach Rückstoß drauf. Also. Man geht hier einfach so hoch. Und dann ist man oben auf dem Turm. Wie viel Leben hast denn du? Ich hab' ja. Ich hab' ja. Ich hab' ja. Wie viel Leben hast denn du? Hm. Ich hab' ja. Ich hab' ja. Fertig. Dann schlag mich mal runter. Ich hab' ja. Warte, ich schieße krass. Schlag' mich runter! Oh, ich hab' ja.